Am 20. Oktober 2016 hielt Präsidentschaftskandidat Donald Trump in New York City auf dem Benefizdinner von Al Smith eine Grillrede gegen seine Konkurrentin Hillary Clinton. Diese Rede stand im Zeichen der humoristischen Roast-Tradition auf US-amerikanischen Galas. Doch Trump brach die Regeln der leichtherzigen Beschimpfungen und konfrontierte das Publikum mit einigen sehr unangenehmen Wahrheiten über die Medien und über Hillary Clinton. Danke, Al, für diese Einleitung. Wow, das war gut. Was für ein Benefizdinner bisher. Ich möchte mich bei unserem Kardinal Dolan bedanken. Es ist toll, wieder bei Ihnen zu sein. Governor Cuomo und die tollen Senatoren. Hi, Chuck. Er liebte mich, als ich noch ein Democrat war. Bürgermeister de Blasio, wo auch immer Sie sind. Wo ist er? Hallo, Bürgermeister. Früher hätte ich unseren Bürgermeister viel besser gekannt, aber in letzter Zeit war ich viel weniger im Immobiliengeschäft tätig. Und ich möchte Al und Ann Smith danken. Die beiden machen fantastische Arbeit mit diesem Dinner. Glückwunsch. Diesmal ein Rekord von 6 Millionen Dollar. Und ein besonderes Hallo an alle von Ihnen in diesem Raum, die mich jahrelang kannten und liebten. Es ist wahr. All die Politiker unter Ihnen, die mich bei sich zu Hause hatten, mich ihren Kindern vorstellten und deren bester Freund ich oftmals wurde. Viele baten mich um meine Unterstützung für ihren Wahlkampf. Und sie wollten immer mein Geld. Und viele nannten mich wirklich einen guten, guten Freund. Aber dann, plötzlich, dann entschied ich, mich als Republican zur Präsidentschaftswahl zu stellen. Und plötzlich war ich schon immer ein böser, verdorbener, widerlicher Halunke. Und sie ließen mich total im Stich. Aber das ist okay. Wie Sie vielleicht wissen, öffnet man eine Veranstaltung dieser Art in der Regel mit Witzen über sich selbst. Manche Leute glauben, das würde besonders mir schwerfallen. Aber die Wahrheit ist, doch, doch, das glauben viele. Die Wahrheit ist, ich bin in Wahrheit ein sehr bescheidener Mensch. Doch, doch. Einige Menschen sagen sogar, dass Bescheidenheit meine beste Eigenschaft wäre. Sogar noch besser als mein Temperament. Wissen Sie, Kardinal Dorlan und ich haben einiges gemeinsam. Zum Beispiel haben wir beide ein beeindruckendes Grundstück auf der Fifth Avenue. Sein Grundstück ist natürlich deutlich beeindruckender als meines. Denn ich erbaute meines nur mit meinen eigenen, wunderschön geformten Händen. Deren Seines mit den Händen Gottes erbaut wurde. Und niemand kann mit Gott konkurrieren. Stimmt doch, oder? Stimmt doch. Es ist toll, hier mit 1000 wunderbaren Menschen den Abend zu verbringen. Ich nenne sowas ein kleines, intimes Abendessen mit Freunden. Hillary dagegen nennt so etwas ihr größtes Publikum der ganzen Saison. Man darf auch mal ein bisschen abgedroschen sein. Ich komme zu dieser Veranstaltung mit einem kleinen Vorteil, würde ich sagen. Ich weiß, dass viele von Ihnen im Erzbistum New York bereits einen Platz in Ihrem Herzen haben für einen Mann, der seinen Weg als Zimmermann begann, der für seinen Vater arbeitete. Ich war ein Zimmermann, der für seinen Vater arbeitet. Ich war ein Zimmermann, der für seinen Vater arbeitete. Es ist wahr. Es war nicht lange, aber das war ich. Ich war Zimmermann für drei Wochen. Das Großartige an dem Benefizabendessen von L. Smith ist, dass man auch in der wilden Welt des wirklich, wirklich harten Wahlkampfs eine kleine Auszeit bekommt. Tatsächlich sagen viele, dass unsere Debatte gestern die brutalste Präsidentenwahldebatte aller Zeiten war. Die brutalste. Und ich weiß nicht, Hillary, sollen wir darauf stolz sein? Aber das sagten viele. Und ich versuche dabei, an Abraham Lincoln und Douglas zu denken. Ich glaube, die konnten da nicht mithalten. Aber wir Kandidaten haben hier gemeinsam ein paar unbeschwerte Momente. Ich habe keinen Zweifel, dass Hillary heute Abend recht viel lachen wird. Manchmal sogar zum angebrachten Zeitpunkt. Und wir haben heute Abend sogar bewiesen, dass wir trotz des Ganzen hin und her in der Debatte zivilisiert miteinander umgehen können. Es war sogar so, dass wir gerade die Oplaten annehmen wollten und Hillary mich versehentlich anstieß. Und sie sagte ganz zivilisiert, vergib mir bitte. Und ich antwortete ganz höflich, lass uns darüber sprechen, wenn ich im Amt bin. Ich mache nur Spaß. Und Hillary war sehr gnädig. Sie sagte, wenn sie doch irgendwie gewählt wird, bietet sie mir Folgendes ohne Wenn und Aber an. Ich darf ihr Botschafter im Irak oder in Afghanistan sein. Ich kann frei wählen. Aber ich habe noch etwas anderes beobachtet. Und ich kenne Hillary schon eine Ewigkeit. Das ist das erste Mal überhaupt, überhaupt, dass Hillary vor wichtigen Führungspersönlichkeiten spricht, ohne dafür bezahlt zu werden. So ist es. Gestern Abend nannte ich Hillary eine scheußliche Frau. Aber das ist jetzt alles irrelevant. Nachdem Hillary holperte und polterte und holperte und polterte. Denn jetzt denke ich zumindest nicht mehr so schlecht über Rosie O'Donnell. Im Gegenteil. Ich fange an, Rosie jetzt irgendwie zu mögen. Veranstaltungen wie diese geben den Kandidaten die Chance, miteinander wie Menschen umzugehen. Es gibt uns aber auch die Möglichkeit, das Team der anderen Seite kennenzulernen. Und es ist ein gutes Team. Ich weiß, dass Hillary meinen Wahlkampfleiter traf. Und ich hatte die Gelegenheit, die Menschen zu treffen, die so hart daran arbeiten, sie zur Präsidentin zu machen. Und dort sind sie. Der Chef von NBC, CNN, CBS, ABC und dort die New York Times und Washington Post. Sie machen wirklich Überstunden. Oh, der nächste Witz wird mich wirklich in Schwierigkeiten bringen. Und zwar nicht mit Hillary. Okay, also der Präsident sagte zu mir, ich solle aufhören zu jammern. Aber ich muss mich doch nochmal beschweren. Die Medien sind noch befangener in diesem Wahlkampf als jemals zuvor. Sie wollen den Beweis? Michelle Obama hält eine Rede und jedermann liebt es. Alle glauben, sie hat das toll gemacht. Meine Frau Melania hält die exakt gleiche Rede und die Leute machen ihr nichts als Stress. Und ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Und es war nicht mal ihre Schuld. Zeig dich bitte, Melania. Sie musste so viel Kritik einstecken. Eieieiei, ich weiß, dass ich heute Abend Ärger bekomme, wenn ich nach Hause gehe. Sie wusste nicht, dass dieser Witz kommt. Magst du mich noch? Kardinal, könnten Sie bitte mit ihr sprechen? Ich möchte gern eine wichtige geistige Angelegenheit besprechen. Die Beichte. Oder, wie Hillary dazu sagt, das Wochenende des 4. Juli mit FBI-Director Comey. Also, mir wurde erzählt, dass Hillary zur Beichte ging, bevor sie heute hierher kam. Aber der Priester hatte es sehr schwer mit ihr. Als er sie zu ihren Sünden fragte, sagte sie 39 Mal, ich kann mich nicht erinnern. Nee. Hillary ist so korrupt, dass sie aus der Watergate-Kommission geworfen wurde. Wie korrupt muss man sein, um aus der Watergate-Kommission zu fliegen? Ziemlich korrupt. Hillary ist seit den 70ern in der Politik aktiv. Was ist ihr Verkaufsargument? Unsere Wirtschaft ist zerstört, die Regierung ist korrupt, Washington versagt. Wählen Sie mich. Ich arbeite seit über 30 Jahren an diesen Problemen. Ich kann sie lösen, sagt sie. Ich war mir nicht mal sicher, ob Hillary heute Abend überhaupt anwesend sein würde. Denn wahrscheinlich haben sie die Einladung nicht per E-Mail geschickt. Vielleicht aber haben sie sie per E-Mail eingeladen und sie hat davon noch rechtzeitig erfahren über das Wunder von Wikileaks. Wir haben aus Wikileaks so viel gelernt. Zum Beispiel glaubt Hillary, dass es nützlich ist, das Volk zu betrügen, indem man eine öffentliche Meinung vertritt und eine ganz andere, private Meinung hat. Die Buß sind okay. Ich weiß nicht mal, ob sie auf mich oder Hillary wütend sind. Zum Beispiel ist sie heute Abend hier und tut so, als ob sie Katholiken nicht hasst. Einige von ihnen werden nicht mitbekommen haben, dass Hillary nicht so viel wie der Rest von uns lacht. Das liegt daran, dass sie die Witze schon kennt. Denn alle Witze wurden ihr schon vor dem Dinner von Donna Brazile gegeben. Jeder von uns weiß, dass Hillary glaubt, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind groß zu ziehen. Da macht es nur Sinn, dass sie sich in Haiti mehrere Dörfer unter den Nagel gerissen hat. Danke. Aber ich will den Abend nicht beenden, ohne etwas Nettes über Hillary Clinton gesagt zu haben. Hillary ist seit vielen Jahren in Washington. Sie weiß viel darüber, wie die Regierung funktioniert. Und laut ihrer eidesstattlichen Aussage hat Hillary mehr Dinge vergessen, als die meisten von uns jemals wissen werden. Wir haben Spaß miteinander und das ist gut. Persönlich möchte ich noch sagen, dass es für mich eine große Ehre ist, mit Ihnen allen heute hier zu sein. Und ich möchte Hillary dazu gratulieren, die Nominierte ihrer Partei zu werden und den Vorwahlkampf zu gewinnen. Und in den nächsten 19 Tagen wird jemand gewählt werden. Wir werden sehen. Aber ich habe tolle Erinnerungen daran, diese Benefiz-Dinner in der Vergangenheit mit meinem Vater zu besuchen. Ich war ein junger Mann und das war toll für mich. Das war immer ein ganz besonderes Erlebnis für mich mit ihm gemeinsam. Eine Sache, auf die wir uns alle einigen können, ist die Notwendigkeit, die tolle Energie zu unterstützen, die aus diesem Benefiz-Dinner kommt. Millionen von Dollar wurden hier gespendet, um benachteiligte Kinder zu unterstützen. Und ich verneige mich vor allen, die so hart daran gearbeitet haben, um diese wundervolle Veranstaltung zu einer wichtigen Rettungsleine für Kinder in Not zu machen. Und ich bin stolz, dass wir heute zusammen den Allzeitrekord übertrafen. Wir haben sechs Millionen netto, 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 eingenommen. So sagt es mir immer der Kardinal. Netto, netto. Wir können uns darauf einigen, dass es wichtig ist, uns gegen antikatholische Vorurteile zu verteidigen. Wir möchten die Religionsfreiheit verteidigen und eine Kultur erschaffen, die das Leben verehrt. Danke. Amerika ist auf viele Weisen wie niemals zuvor gespalten. Und die tollen religiösen Anführer heute geben uns allen ein Vorbild, dem wir folgen können. Wir leben in einem Zeitalter, wie wir es uns niemals hätten träumen lassen. Wir haben von der grausamen Barbarei in unseren Geschichtsbüchern gelesen, doch wir dachten nie, sie in unserer modernen Welt zu sehen. Wer hätte gedacht, dass wir heute Zeugen solcher Grausamkeiten werden. Wir müssen sehr stark und sehr, sehr klug sein. Und wir müssen an einem Strang ziehen. Nicht nur als Nation, sondern auch als Weltgemeinschaft. Ich danke Ihnen allen. Gott segne Sie und Gott segne Amerika. Danke Ihnen.